Yes, der Ultrige. Ich bin weiß. Gregor Gysi ist auch mit dabei. Gregor Gysi, ja man. Guter Politiker, Spitzenpolitiker. Sehr gut. Schande, hab ich erst vor 10 Minuten gemerkt, dass du streamst, du beschäftigt warst. Ich hab ja auch später noch mit einem 10 oder so. Das ist aber nice. Gut, schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch und wir starten eine neue Runde. Viel Spaß. Viel Spaß. Nächste Runde im Stream. Mit Lennificate im Stream. Weiter geht's mit neuen Leuten. Lennificate, der ist alt. Damit habe ich mir jetzt nicht mehr gerechnet, dass ich da nochmal reingeholt werde. Im Stream war es Raum gewesen die ganze Zeit. Hat jetzt fast eine Stunde gedauert. Obwohl ich nochmal mit zugeholt habe. Da hat es geblitzt. Oder was? Ich hab bestimmt noch Tasks. Ja, hier. Na, der bringt mich doch gleich um. Natürlich. In der ersten Runde gleich wieder. Ich werde hier wieder umgebracht. Miiiine Jay. In electrical. Es war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Okay. Okay. Aber Lenny war bei mir drüben. Dann wäre er noch bei mir alles drüben. Ich war auf der rechten Seite mit ganzern. Philo und Phoenix war da Charlie. Immer auf die Kleinen. Ja, du warst. Es ist ja auch so. Also hinten auf den Zwerg. Wir waren auch dabei. Diskriminierung hier. Stimmt. Stimmt. Du hast recht. Ich würde mich interessieren, was Kolja zu sagen hat. Ich bin von Admin wirklich nach Elektrische gegangen. Da war auch Zwergi. Aber danach bin ich rausgegangen weiter nach links. Als Geist ist, kann man nur als Tasks machen. Na, war gut. Ja. Kolja ist nämlich verdächtig, weil er sich aus Blue verkleidet. Wenn man als Geist seinen Tasks hat, dann ist es vorbei. Ich hab Light gefixt. Ich weiß nicht, mit wem es zusammen war. Und ich hab halt... Kolja stand zumindest dran. Den kann man eigentlich helfen. Ähm, Light hab ich gefixt. Ähm, als ich rausging, kam Zwergi rein. Und da ging Kolja aber noch nicht direkt raus. Also er ging direkt nach Light fix raus. Hab ich vergessen. Dann hab ich Wires gemacht und bin dann raus. Ich glaub, Kolja war so noch Wasser. Ja gut, aber... Hab ich vergessen. Nenni war's nicht. Gieß mal nicht. Kann sein, aber unwahrscheinlich, ja. Also ich... Wir erwarten jetzt... Wir erwarten jetzt... Wir erwarten alles jetzt grad bei Navigation. Wenn man vielleicht Ausschlussverfahren macht... Ja, das wollte ich grad sagen. Also Schwarz... Ich... Lenny... Ich war auch... Und hellgrün war glaub ich auch. Ja. Ja. Ich bin nochmal so... Two und... Weapons reingedrippt, um zu gucken, ob da jemand... Ja. Also... Ultra, Lenny, Charlie, Caleb, ich. Das heißt, es bleiben Felix, Joey und Kolja übrig, die nicht bei Navigation waren, ne? Aber Felix hab ich da... Mike war doch da. Ah, Felix hab auch da, stimmt, stimmt, sorry. Also... Kami? Entschuldigung. Es tut mir doch nicht Felix. Leute, war Gysi bei euch? Wer ist jetzt? Ich bin links und laufend... Ich war erst in Madbane, dann wollte ich ihn... Bei Stoppage rein. Okay. Also hatten wir drei... Mögliche Leute, die... Die... Bei ich, halt Felix, nicht Gysi. Wer denn? Bei ihr Felix, Kolja, ich und Gysi. Wobei ein Safe Report in der... In dem Moment des Spiels ist einfach dumm, wer... Gerade wenn er oben in Electrical liegt. Oder Taktik. Righteous and Versaden. H, 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 h. osaic. I-o-w-EN-ep-F catering und pa-s-P CO2 artifacts. Dä々s wird funktionieren. Was ist Lösungными? Wie ich aber... Ich helfe um den Code verrät von der Lobby! Der Junge, mach das nicht! H, 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 h. K. Ah, H, 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 family... Also을, halt Euch Kolja im Gedächt. Ja, am Anfang das Stöhnen am Anfang des... Da nicht den PC hat wir mal ein bisschen... mein PC hat gerade ein Video geändert, deswegen war es vielleicht am Anfang noch ein bisschen laut. Hat man vielleicht im Mikro noch ein bisschen gehört. Ich habe gerade die ersten drei Parts geschnitten, als da plötzlich noch mal reingeholt wurde. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass ich noch mal ein paar Runden spielen darf, dass ich hier noch mal die Möglichkeit bekomme, mich an Nanny zu rechnen. Wenn ich Impostor werde, es gibt Rache für die erste Runde. Also das ist der Störplatz erstes. Nanny stirbt als erstes. Wenn ich jetzt mal eine Impostorrunde kriege. Ich töte keinen, bis ich Nanny gefunden habe. Das macht mich zwar sehr sass, aber vielleicht habe ich es mittlerweile vergessen. Kalte Rache. Rache wird kalt serviert. Rache ist Blutwurst. Ultra. Rache ist auch Ultra. Ultra. Heftig. Ja. Wart wird's König. Aber ich kann hier nichts machen. Nein. Ich kann nun Tasks nicht tun. Kölja macht die Der Ultra liegt am Upload Panel in der Admin. Okay. Das ist doch, was war das? Sorry, Dodoy, Dodoy, das ist doch hier. Dodoy hat wieder gepartet. Der meint den zweiten Reicht gewonnen hat. Okay, also wait, also am, am Admin Panel meinst du? Komm nicht drauf. Nee, am Upload. Euronics. Also Upload. Ach, Upload. Okay, Dodoy. Ähm. Wir haben am Ende. Wait, äh, habe ich da immer gerade langge- Nee, ich bin nicht mehr mit ihm begegnet. Ich war halt gerade bei Shield, wollte dann jetzt hoch zu Navigation, um die Kabel zu machen und habe dann jetzt aber auch gerade eben erst gemerkt, dass jetzt halt Coms aus ist und dann bin ich halt wieder nach unten so visited, aber ich habe halt gerade überlegt, ob halt irgendwer, wait, gibt es, ich muss mal kurz auf die Karte gucken, ich weiß nämlich immer bei diesen... Es gibt ein Event von dem Gang zwischen Shields und Navigations nach Edmund. Genau, stimmt so, in diesem Navigation, aber da ist mir niemand entgegengekommen. Das heißt, dann muss er entweder dann halt in Cafeteria geflüchtet sein, oder halt Dorich irgendwann so irgendwie so um das Ding rum... Ich versuche, die nicht zu berechnen, aber ich bin gewohnt. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist mal ganz blöd zusammengezählt, Kolja stand an den Camps. Bei Electrical, die zwei, drei Ecke und der letzte Wende. Weiß nicht, wie lange der Kill her ist, aber der Kill ist auf jeden Fall in Cam-Sicht. Also als Coms ausgegangen sind, da war ich gerade über Electrical, Coms sind ausgegangen, ich bin direkt von Camps, um sicher zu gehen, dass da niemand tot ist, Kolja kreuzt mich, und ich bin bei Electrical, kam Entgegen aus dem Gang, ist nach Reactor rein und dann war ich unten in Lower Reactor, da hat, glaube ich, jemand seinen Tank abgeholt. Das war ich. Ja. Aber wenn es wirklich am Upload-Panel war, sieht man den nicht mehr in der Camp. Die Wiring-Tasks sieht man noch, aber das Upload-Panel eigentlich nicht mehr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das erinnert genau da. Okay, weil ich habe hier, glaube ich, links habe ich gesehen Charlie, irgendwann mal an einer Wiring-Task-For-Security. Charlie und Schuwenheit-Fabrik. Ich habe links gesehen einen Gysi. Ja. Ich habe links... Ist an dich. Ich habe aus Medbay rauslaufend einen Kami-Keks gesehen. Ja. Und ich habe einen Toten Ultra gesehen. Der sagt jetzt leider nicht ja. 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 Ich bin aber schon relativ lange von Reactor wieder weg. Ja, ja. Ich bin da oben, ich bin gesagt oben lang gelaufen über Cafeteria, dann unten rein habe ich das gleiche gesehen. Ja. 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 Ja, ja. Du bist so ziemlich lange lange Imposter, also vielleicht äh... Wäre der Joey gewoted? Wäre der Joey gewartet. Wäre der Joey gewartet? So. Ja, ja. Ja, wie der im colour ist jemand, der vom, vom Selfieport ausgeht W mag. Zweitens folgen. Zweitens folgen. Zweitens folgen. Den zweiten. Ich habe da zu schlippen. Jetzt zum Beispiel. Ich habe gerade den Ohrwurm von Happy Tree Fans, warum habe ich nur Ohrwurm von Happy Tree Fans Intro? Wie komme ich da jetzt drauf? Na, fast zum Hanker. Wie komme ich jetzt auf das Happy Tree Fans Intro? Ach wahrscheinlich wegen Among Us Meme. Ich glaube da gab es nicht mal. Ich glaube bei jedem kleinen Mini Crewmates, die selbst zonen, die sich für ihren gestorbenen Vater rächen. Da war ich viel für das Intro mitzutun. Jetzt habt ihr auch noch gewonnen. Ich glaube so gut habe ich nicht gesungen. Ach, hier habe ich noch einen... Sport. Sport. Das muss man in Deutsch sprechen. Ja, wenn du denkst, dass du tot bist. Oh, Felix ist auch tot. Also ich habe Callab gefunden, in ElectroCup. Ich wollte gerade eben nur sagen, dass Call ja gerade eben auf dem MedBay-Scan stand. Ich habe den Scanleiter selber nicht, aber stand da halt drauf. Ja. Okay. Na gut, das heißt ja nicht, Suchesengang. Nee, heißt nicht, aber ich wollte ja nur sagen... Warum ist Felix noch ungeblutet? In ElectroCup. In ElectroCup. In ElectroCup. In ElectroCup. Also könnte es jemand sein, der auch eventuell in Security aufgetaucht ist. In Bad Bay denke ich mal nicht, wenn zwei Leute dort sind. Mhm. Außer Lady und Call ja sind... War ja gerade eben in Security. Die Kami-Cakes und Charlie habe ich vorhin irgendwie in Security gesehen gehabt. Ja, ich war kurz nach... als ich rausgegangen bin, warst du da drin? Dann an Caps? Und, äh, dann hatte ich halt auch einmal kurz durchgelinst, um zu gucken, was da so geht. Und dann stand da Charlie auf einmal. Und dann dachte ich so, okay? Dann raus und ich bin auch wieder rausgegangen. Ja. Charlie ist gerade auf dem Weg Richtung Waupons. Oh, Waupons! War dann irgendjemand die Runde mit irgendjemand die ganze Zeit zusammen? Was die sich gegenseitig proben können? Ja, nein. Wie gesagt, die einzigen Personen, die ich halt gesehen habe, waren Kami-Cakes, du eben und, äh, Charlie. Und, äh, Kolya jetzt halt gerade eben, weil ich jetzt meine Samples gemacht habe, stand halt still und brav auf dem Scannen. Also, ich hab Güzy kurz gesehen beim Download in Coms. Ich habe ihn dann wieder gesehen in Nerf. Äh, da habe ich auch Kolya gesehen kurz. Bin dann rüber zum Upload machen in Admin. Da war dann, ich weiß nicht, ob Kolja oder, ne, Güzy war dann auch mit der Kami-Cakes. Ist da da? Ja, ich hab, ich hab... Also, wo meintest du, hast du, äh, Entschuldige kurz. Wo meintest du, hast du Güzy gesehen? Ich hab das gerade nur nicht... Coms, dann nochmal in Nav und am Ende jetzt nochmal in Admin. Admin. Also. Ja, da bin ich auch, ich hab kurz reingelinzt, um zu gucken. Genau. Ich hab dich nur kurz gesehen. Ja, und bin, also ich hab meine Taskfälle, ich lauf deswegen ein bisschen rum. Ich hab noch 3 in Nav, aber trau mich doch nicht alleine. Gut, also, die... Wir müssen warten. Wir müssen warten. Wie ist... Ding ist halt, ich könnte halt... Ah, ah... Die Runde davor... Also, jetzt sind grad zwei getötet worden. Die Runde davor als Ultra getötet worden. Es konnte sich da jemand wirklich safe prüfen. Also, ähm... Dass derjenige Ultra nicht getan... äh, getötet hat. Irgendwie. Ich hab halt niemanden gesehen, ne. Denny ist wie immer ein guter Poster. Mir ist halt auch niemandem entgegengekommen. Das ist halt so ein bisschen das... Wie dann... Also, Joey hat halt zwei Leichen reportet. Von Güzy hab ich jetzt halt echt wenig gehört. Mein Report gilt für die... Ich hab auch gefühlt, wer es sein könnte, aber... Booten! Ich hab auch gefühlt, wer es sein könnte, aber ich bin halt... Ui! Ne, das ist der Falsche. Oh Gott, Jesus! Das Gefühl war ein Fehler gemacht! Das Gefühl hab ich auch. Ja, ganz klar! Ich hätte die Linie rauswählen sollen. Ach, verdammt! Ich bin im Task and Storage. Ich kann da nicht helfen, wo ich Arme fliege. Aber Kabel kann ich machen. Irgendwie logisch. Als Geist kannst du nicht helfen, eine Tool zu reparieren, weil du dafür nicht bräuchtest. Das wäre zumindest die Logik, die ich mir klären würde. Aber Kabel richten kannst als Geist. Naja. Jawoll! Ja! Ich musste erzähl' mich an! Mein war das Gefühl war Lenny und Kolja! Das ist gerade echt. Jawoll! ja wohl ich habe ich nicht verstanden er geht von oben nach unten und hat mich dabei gesehen dass er mir hat er gesagt doch hat er gesagt er ist ja wirklich nachdem er gesagt hat er und Kolja waren die waren in Medvede dachte ich so ok könnte theoretisch sein und dann hatte ich im Bauchgefühl so Lenni und Kolja könnten sein wollte es eigentlich gerade zu den Merchensirenen und das nochmal ansprechen aber dann war es zu schwer die Sache ist ich werde einfach keine Leichen mehr reporten diesmal hat mich Lenni nicht umgemacht diesmal mal nichts das hat mir aber wirklich leid getan also ich habe mir halt wirklich vorgenommen wenn ich jetzt nochmal Imposter werden würde dann wird Zwergi nicht die erste Person die ich kriege ach das ist nett das ist nett das hat mir wirklich leid getan immer auf die kleinen immer auf den Zwerg das ist dankeschön das ist genau los wenn du jetzt gerade in electrical gegangen bist dachte ich mir nur so im Moment double kill und dann gehst du rein killst wer war es ach Gott ich weiß gerade nicht das war Caleb glaube ich der hat auch eine andere Farbe und dann und da dachte ich mir so im Moment ist da noch jemand drin gehe so um die Ecke sehe dann glaube ich Felix und kill den auch und er stand halt direkt am Band und ich zack in dem Moment und dann bin ich halt erst ein bisschen rum gewendet und dann halt nach mit 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 mit